Düdyl Dödyl 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 AJDL 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 Selfhakt nicht geil Ja krass, voll der Fade in, Adda Ja ich bin heute mal reiingefadet Das ist jetzt auch quasi unsere Synchronisation würde ich vorschlagen Ich muss noch einen guten Abstand finden, dass ich nicht übersteuere und dann ist perfekt. Ich hab nämlich wieder stressiges Mikrofon. Ach so, ein Stress. Ja, fürchterlich. Weißt du, was noch stressig war? Hast du die Mail heute Morgen gelesen? Eine Mail? Nee, welche Mail denn? Nicht vom Herrn, äh, hier, vom Schnadio Schnotte, der Flodcast Interbrennen wird nach dieser Folge abgesetzt. Ach, nicht schon wieder, ey. Ja, es ist egal. Ich hab, wir haben uns so eine Mühe gegeben, jetzt ist auch unwichtig. Tja, wir hatten dann doch zu wenig Menschen überzeugen können, uns zu hören. Gerade in der Zielgruppe über 80 waren wir sehr unbeliebt, glaube ich. Ja, ich fresse jetzt die Möhre. Jetzt wird der Ton wieder zurückgesetzt. Und ab nächste Woche, weiß ich nicht, womit geht's dann weiter? Das müssen wir gucken. Wird's überhaupt noch einen Podcast geben? Wissen wir ja nicht, ne? Hängt jetzt von euch Patreons ab. Ja, genau, ihr müsst richtig rein spenden. Ja, vielleicht ist dann ein neuer Podcast möglich, oder vielleicht ist auch möglich, einen alten wieder aufzunehmen. Weil, nicht, keine Ahnung. Ist doch unklar, die Zukunft. Ihr könnt ja auch einfach jemanden rauswählen. Ihr könnt einfach sagen, hier, Tino, Herodes Europ in die Nerven. Ich werde jetzt irgendwie jemand Neues rein. Machst du mal einen Podcast mit Herrn Kleine, Angela Merkel und Trimax oder so. Hm. Genau, wer auch immer Trimax ist. Das bestimmt klingt nach irgendein Streamer, oder? Das ist ein YouTuber. Ein YouTuber. Ich kenne den auch nur vom Namen her. Nee, nee, ich kenne den auch nur vom Namen her, aber das sehe ich aus dem Fitness-YouTuber. Okay, Trimax klingt so wie Smilodogs. Hier dieses eine Ding da von diesem Uwe, oder wie der heißt. Deshalb hätte ich dir jetzt da verortet. Das weiß ich nicht genau. Aber erst mal ein saftiges Aloha aus der Datenautobahn. Aloha von der Datenautobahn. Ja, Tinko, wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? Ich bin ständig beim Zahnarzt, leider. Ich habe seit meiner Kindheit einen ganz schlechten Zahnschmelz und habe ganz viele Löcher. Also ich habe jedes Jahr so drei Löcher, mindestens. Was aber nicht an einer schlechten Hygiene liegt, gar nicht, sondern einfach, dass mein Zahnschmelz sich nicht regeneriert, vernünftig. Und ich bin deswegen... Dieses Jahr war ich bestimmt schon fünfmal. Richtig. Wir Deutschen waren jetzt seit Minimum drei Jahren nicht mehr beim Zahnarzt, weil die Flüchtlinge, ja, die kommen hierher und lassen sich die Zähne machen. Was sagst du dazu? Ja, genau. Friedrich Merz hat ja immer wieder einen rausgehauen, dass nämlich die Menschen nur nach Deutschland flüchten, so ungefähr, um sich hier die Zähne machen zu lassen. Ich denke mir, Alter, wo nimmt der die Ideen her? Also es ist ja wirklich unglaublich. Man könnte echt denken, dass er so irgendwie Berater hat, die bei Titanic arbeiten oder bei der Heute-Show. Also ich kann mir das echt nicht mehr sonst anders erklären. Ja, also der Gag schreibt sich schon, das kann man sich nicht ausdenken, könnte man sagen. Ist so, er ist ja angetreten als CDU-Chef, um die AfD zu halbieren. Und da gibt es eine schöne Übersicht mit den AfD-Wahlumfragen und Ergebnissen und halt auch seinen Aussagen, die er gemacht hat. Ich gebe mal einen ganz kurzen Abriss. Und zwar am 31.01.2022 wird Friedrich Merz CDU-Chef. Da war die AfD bei etwa 10%. Ein halbes Jahr später sagt er, ukrainische Geflüchtete sind Sozialtouristen. AfD 13%. Noch ein halbes Jahr später sagt Merz, türkische Kinder sind kleine Paschas. AfD 15%. Und noch ein halbes Jahr später sagt er, abgelehnte Asylbewerber lassen sich Zähne neu machen. AfD bei 21,6%. Also das Ergebnis hat er nicht halbiert, er hat es eher negativ halbiert, nämlich verdoppelt quasi. Gut. Du vermutest eine Kausalität, wo ich eher eine Korrelation vermute. Nee, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, dass es Merz diese Strategie hat, von wegen, wir greifen einfach die Themen der AfD auf, also Rassismus und so weiter, und versuchen, die Leute wieder zu uns zu holen und geben den Leuten eine konservative Rechte der CDU, damit wir von der AfD abspringen. Aber was wirklich passiert ist, das haben wir ja schon bei der CSU gesehen, dass die Leute sich eher bestätigt fühlen durch Aussagen der CDU und sagen, okay, ich will trotzdem das Original, nämlich die AfD. Und das funktioniert einfach nicht, wie sie sich das gedacht haben. Man muss als demokratische Partei, wo ich die CDU eigentlich noch verordnet hatte eigentlich, die müssen dafür sorgen, dass halt solche Sachen wie Rassismus, Schwul- und Freundenfeindlichkeit eben nicht so lauffähig werden, damit eben die AfD alleine dasteht mit ihren furchtbaren Themen. Das ist, glaube ich, was ich denke, die bessere Strategie ist. Okay, also schwierig zu sagen, weil wir das andersrum nicht kennen, was wäre, wenn die CDU da halt nicht fischen würde. Ja doch, natürlich, die Merkel-CDU war ja eher sozialdemokratisch, war ja eher so, ich würde nicht sagen links, aber jedenfalls nicht sehr rechts. Und da war die AfD recht klein und kam halt nicht über diese 10% hinaus. Seitdem Merkel weg ist, ist die AfD wirklich sprunghaft angestiegen. Das ist schon auffällig. Moment, die AfD hatte doch 13% im Dingsanlauf hier damals. Ja, so 10 bis 13%. Beim ersten nicht. Beim ersten waren es noch bei irgendwie 4,8% oder so. Ja, ja. Die sind schon groß geworden. Aber das war vor 15. Ja, richtig, genau. Also die Merkel hat sie da reingeholt und jetzt kommt Merz und beschwert sich, dass sie drin sind und sich die Zähne machen lassen. Ist so, genau. Ist eine durch und durch konsistente, integre Partei. Aber das kann wir auch noch aus Merkel-Zeiten, dass eigentlich das Fähnchen sich immer in die Richtung gedreht hat, in die halt gerade der Wind wehte. Ja, nicht ganz. Also klar, ein bisschen schon, aber ich glaube, dass Merkel trotzdem ein bisschen mehr Rückgrat hatte und noch mal ein bisschen die Leute zusammenbringen wollte. Und nicht so, wie Merz jetzt anfängt, wieder zu stacheln, Leute auszuschließen. Das ist schon eine drastische und traurige Entwicklung, die sie da macht, die CDU. Ja, was ich mich frage, wird Merz jemals mehr sein als ein Oppositionspolitiker? Also er ist ja sehr, sehr gut darin, irgendwie Gift und Galle zu spucken. Aber ich sehe den nicht als Kanzlerkandidaten. Die handeln ja jetzt alle hier den Herrn Wüst als Kanzlerkandidaten. Und Merz hat es ja auch in den vergangenen Anläufen nicht geschafft. Den will ja auch keiner. Also ich glaube, dass Merz so ein bisschen die Grenzen öffnet zur AfD. Aber ich denke nicht, dass er Kanzler wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber ich frage mich, was seine scheiß Rolle eigentlich ist. Also der labert halt nachweislich irgendeinen Scheiß. Bleibt halt immer so der Oppositionsfuzzi, der niemals, glaube ich, wirklich Verantwortung haben wird. Also wenn doch, wir werden es sehen irgendwann früher oder später. Aber es bleibt zu sehen, wie viel Prozent er noch an die AfD rüberspielt. Ja, ich weiß gar nicht, wenn die nächsten Wahlen sind. In zwei Jahren, glaube ich, oder so. Na, 25 ist Bundestagswahl. Wir haben dieses Jahr jetzt noch irgendwie Bayern-Hessen. Jetzt ist ja irgendwie in ein, zwei Wochen. Und nächstes Jahr wird es richtig spannend, weil da viele ostdeutsche Länder wählen, die gerade echt nicht so aussehen, als würden die eine Regierung bilden können. Nee, genau. In irgendeiner Art und Weise. Wir werden berichten. Und ich bin auch sehr gespannt, ob es wieder einen Wahl-O-Marken gibt für Thüringen. Ich gehe davon aus. Aber das, also wenn die Zahlen jetzt so ein bisschen so bleiben, wie sie jetzt sind, ich weiß nicht, was dann passieren soll. Also ich weiß nicht, ob du dir, ich habe es, glaube ich, jetzt schon mal angesprochen, es gibt ja diese Koalitionskuchen-Diagramme, die man sich da backen kann. Genau. Da hast du irgendwie, natürlich linke AfD ist ja wohl logisch, ne? Oder CDU-AfD. Oder CDU-Linke. So, das geht halt alles nicht. Und Minderheitenregierung wäre dann schon sehr, sehr Minderheit. Jetzt gab es wohl auch einen CDU-Menschen in Berlin, glaube ich, der wohl gesagt hat, dass er die Linken irgendwie schlimmer findet als die AfD. Deshalb jetzt zurückgetreten auf so eine Aussage, ich finde, man kann Linke und AfD echt nicht vergleichen. Also ich würde nicht sagen, dass die, ich glaube, die Linke ist nicht so links, wie die AfD rechts ist. Würde ich mal behaupten. Hinsichtlich Radikalität sicherlich nicht, ne? Nee. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt, ja schwer zu sagen, worauf fußt deine Aussage? Interessiert mich. Also ich glaube, dass die Linke auf einem demokratischeren Grundboden steht, als die AfD das tut zum Beispiel. Ja, okay, das würde ich auch vermuten, ja. Aber klar, es ist ein sehr schwerer Punkt, man kann da durch fünf Podcasts alleine füllen, mit der Definition von links und so weiter. Aber ich denke trotzdem, dass die Linke wesentlich demokratischer und mittiger ist, als es die AfD ist. Ja, das merkt man sicherlich auch alleine an den Mitgliedern. Ich meine, da kann man sicherlich auch seine Witze machen, wer da so alles in die Linke kam, als die so gegründet wurde, klar. Aber ich glaube, das sind tendenziell schon mehr Leute, die demokratischen Grundwerten zustimmen würden. Das denke ich auch. Bleiben wir bei der AfD. Du hast doch eine uplifting News, nehme ich an. Ähm, Moment, ich scroll ganz kurz. So, hier habe ich. Ähm, nochmal was Politisches, nämlich, die Partei ist wieder wählbar geworden. Okay, das meinte ich nicht. Ich bin völlig überrascht. Okay, aber ist okay. Es gab ein Bundesparteitag, bei dem ich nicht da war. Und sie haben schon angekündigt, dass sie eine prominente Person zur EU-Wahl aufstehen wollen, auf Platz 2. Platz 1 wollte natürlich Sonneborn selbst sein. Was mich ein bisschen überrascht eigentlich, weil er ja eigentlich schon vor Jahren zurücktreten wollte. Aber sie haben auf Platz 2 Sibylle Berg nominiert. Mhm. Das ist doch krass, oder? Das ist die Schwester von Andrea Berg. Die Tante vielleicht. Nee, Sibylle, kennst du nicht Sibylle Berg? Doch, doch, doch. Aber erzähl du. Es ist eine Autorin aus Weimar ursprünglich. Aber ich habe gehört, dass sie wohl Weimar hasst. Konnte ich aber nicht verifizieren, warum. Jedenfalls ist sie bekannt geworden durch verschiedene Theaterstücke und Bücher, die sie geschrieben hat. Und auch durch Roche und Böhmermann. Nee, Quatsch. Böhmermann und Schulz, glaube ich, durch die Talkshow, hat sie nämlich die Gäste vorgestellt. Mit so ganz tollen Texten und so kleinen Intros. Und die ist sehr intelligent, sehr lustig. Und jedenfalls ist die eine Top-Kandidatin für die EU-Wahl. Ich glaube, ich wähle die Partei zur EU-Wahl. Ich bin überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Diese Böhme Berg, ich kenne sie auch sehr, sehr gut. Insbesondere aus der Zeit damals in Weimar und diesem einen Podcast da, wo sie die Gäste vorgestellt hat. Genau. Sehr, sehr gut gewählter Kandidat. Ich meinte aber eigentlich eine andere ablüftige News hinsichtlich der AfD. in Nordhausen. Ach so, ja stimmt. In meiner ehemaligen, nicht Heimatstadt, aber da habe ich ja studiert für einige Zeit. Nämlich der Prophet, wie er heißt, ist nicht gewählt worden jetzt in der Stichwahl. Er ist dem aktuellen OB unterlegen, der jetzt auch nicht so toll ist, aber besser als ein AfD-Typ. Und das Lustige ist, dass natürlich die AfD wieder von einem Wahlbetrug spricht. Oder sie wollen zumindest den Wahlbetrug prüfen lassen. Denn es war so, dass in den ersten Auszählungen Prophet schon vorn lag. Also der AfD-Typ. Aber nur, weil zuerst die Wahluhrenwahlen, also die Stimmzettel quasi, gezählt worden sind. Danach erst die Briefstimmen. Und durch die Briefstimmen konnte dann der andere Kandidat, dessen Namen ich vergessen habe, der auch nicht so wichtig ist, hat dann halt doch wieder eingeholt. Was aber daran liegt, dass die AfD von Briefwahlen immer abratet. abrätet. Weil die sagen immer, dass man bei der Briefwahl wohl eher bescheißen könnte, was überhaupt nicht stimmt. Also ich weiß nicht, was die meinen. Das Einzige, wo die Briefwahl vielleicht ein Nachteil ist, ist, dass man halt nicht gewährleisten kann, dass die Wahl geheim ist. Weil du ja die Zettel nach Hause bekommst und dann irgendwie ankreuz und wieder abschickst quasi. Also kannst du mit deiner Familie zusammen abstimmen. Das geht jetzt nicht, wenn du zur Wahlurne gehst. Aber eigentlich ist es genauso Wahlbetrug sicher. Ja, es zwingt einen ja keiner dazu, deine Wahl geheim zu halten. Und wenn du wirklich nicht in Ruhe Briefwahl machen kannst, weil deine Familie die 24-7 auf die Finger schaut, was ich als unwahrscheinlich erachte, dann gehst du halt zur Wahlurne und gehst dann in diesen kleinen Karton da in der nächstgelegenen Realschule. Ja, aber hier siehst du eben auch, dass die AfD sehr perfide versucht, die Demokratie zu delegitimieren, indem sie nämlich erst an Leuten sagt, macht bitte keine Briefwahl. Und dann, wenn sie halt die Wahl verlieren, eben aufgrund, weil sie zu wenig Briefwahlunterlagen hatten oder das dann mit begründen können, dann fangen sie an. Aha, siehst du, da gab es wieder Wahlbetrug. Das finde ich ziemlich raffiniert. Ach so, netter Versuch. Okay, ich sehe. Ja, wird wahrscheinlich keiner ernst nehmen. Das ist wieder so ein Deutschland versucht in schlecht den Herrn Trump zu kopieren, wie damals bei dem Sturm auf dem Reichstag. Ich glaube, das wird wahrscheinlich im Keim erstickt, gehe ich zumindest mal gefühlt fest von aus. Denke ich auch. Man kann ja auch die Wahlbeobacht, man kann ja sicher als Wahlbeobachter melden und damit auszählen und so. Es ist ja nicht irgendwie geschlossen, wie jetzt irgendwie in, weiß ich nicht, Russland oder Saudi-Arabien oder sowas, wo gewählt wird, dann muss das Volk irgendwie zusehen, dass er die Ergebnisse einfach akzeptiert. Aber hier kannst du dich einfach melden und kannst die entweder selber auszählen mit oder eben einfach beobachten, wie sie ausgezählt werden. Und wenn das alle AfD-Menschen machen würden in jedem Wahlkreis, dann kannst du eigentlich eine Wahlfälschung ausschließen. Ja, also müsste man sich halt mal gemeinnützig engagieren und das vielleicht an einem Tag machen, wo man halt, ich glaube, man kriegt da kein Geld für, oder? Ich dachte, als richtig Wahlhelferin bekommst du schon eine Aufwandsentschädigung, aber Wahlbeobachter weiß ich jetzt nicht genau. Ja, aber gut, dass es das gibt. Aber selbst, ja. Wahlbeobachter, Geld. Ich google mal. Ich bin doch jetzt hier am Netz. Okay, währenddessen ließ ich immer ein bisschen was aus Google vor. Es gab ein EU-Verbot und für den Verkauf von Mikroplastik in Waren, die nun mal Mikroplastik benötigen, wie zum Beispiel Kosmetikprodukte oder Granulate, weil Mikroplastik neben den ganzen anderen Problemen, die die Welt so hat, wie den Klimawandel, sehr, sehr schwerwiegend und sehr, sehr irreversibel ist. Weil wenn der Bums einmal im Umlauf ist, kommt er da sehr schwer bis gar nicht mehr raus. Uns ist ja schon lange bekannt, dass das teilweise gewissen Hormonen ähnlich ist, die vom Körper aufgenommen werden können und den auch nicht mehr so schnell verlassen. Insofern dieses Verbot ein gutes Ding. Was sagst du dazu? Ja, finde ich gut. Ich weiß zwar jetzt nicht irgendwie, wie viel das bringt, aber es kann ja zumindest eine Beispielwirkung haben, dass man halt noch mehr bei solchen Sachen immer guckt und das ein bisschen mehr reguliert. Ja, vor allem es betrifft, wenn ich das richtig sehe, nur den Verkauf von erzeugten Mikroplastik. Also es ist zum Zwecke des Mikroplastiks, wenn man jetzt natürlich jetzt die gute alte Tüte in der Landschaft hat, die auch zudem zerfällt, da macht es natürlich erst mal nichts. Also wir müssen früher oder später aus diesen synthetischen Stoffen so weit wie es geht raus. Also man fängt ja schon so an, klar, die gute alte Plastiktüte im Supermarkt gibt es fast gar nicht mehr und so, aber da muss man komplett raus. Gut, Anekdote dazu. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Capri Sun getrunken hast. Oh, das ist lange her. Es ist ja auch ganz großartig. Also ich, es ist so ein Ding, oder ich glaube, es war sogar ein Durstlöscher, wo ich, das ist so wie, wenn es im September schon Weihnachtsgebäck gibt. Es ist jedes Mal vorhersehbar, dass es passiert, aber man regt sich jedes Mal dennoch drüber auf. Ja, ja. Und dasselbe ist bei mir mit Pappstrohhalmen in einer Plastikfolie. Das heißt, du musst diese kleine Plastikfolie an der Verpackung aufreißen und den Pappstrohhalm rausnehmen. Ja, da hast du ja natürlich dann richtig ökologisch Plastik gespart. Ja, da gibt es ja auch solche komischen Memes auf Facebook und so weiter, die sich so Boomer hin und her schicken, von wegen, man schafft irgendwie bei solchen Sachen einen Plastikstrohhalm ab, aber hat trotzdem einen Plastikdeckel bei irgendwelchen Eistees und so weiter. Aber der Unterschied ist ja, dass man die Deckel meistens recyceln kann und solche Plastikstrohhalme halt nicht. Und ich weiß gar nicht, wie es bei diesen Verpackungen aussieht, bei diesen dünnen, die dann diese Strohhalme auch bewahren, die nicht auch verwertbar sind. Aber trotzdem, selbst wenn du irgendwie einen Plastikstrohhalm hast und eine Plastikhülle hast, wenn du eins von beiden wegnimmst, hast du ja schon mal unterm Strich weniger Plastik. Trotz allem. Ja, aber wirkt für mich eher wie ein Tropfen auf einem heißen Stein, aber weißt du, warum sollte man einen Strohhalm nicht recyceln können, aber einen Deckel schon? Das wird was mit der Plastikart zu tun haben. Es gibt auch irgendwie so Hartplastik und Weichplastik und sowas und ich dachte, das gelesen zu haben, dass man so Hartplastik ganz gut recyceln kann und die anderen halt nicht so. Die landen dann irgendwie im Ozean, dann ist das blöd. Ja, oder wird mindestens verbrannt, was nicht so schlimm ist, aber auch ziemlich sinnlos, wenn man bedenkt, dass es halt sehr viele Lösungen gibt, die Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Hier zum Beispiel liegt neben mir gerade so ein schöner Edelstahlstrohhalme, mit Pfeifenreiniger sauber machen kann. Haben wir auch zu Hause, aber aus Glas, so Glasstrohhalme. Oder, ich weiß nicht, ob du das mal bekommen hast, in der Bar habe ich mal so eine Nudel als Strohhalm bekommen. Ah, ja. Ja, hatte dann zur Folge, dass ich den Strohhalm dann gegessen habe. Da hat dann meine Freundin natürlich auch gesagt, das ist total bescheuert, wenn ich das mache, aber ich denke, wenn ich einen essbaren Strohhalm bekomme, dann esse ich den auch. Also ich muss sagen, ich bin bei so Bars und Restaurants eh immer so ein bisschen kritisch, was irgendwelche Mehrzwergstrohhalme angeht, weil ich mir nicht immer sicher bin, wie gut die reinigen, weswegen ich tatsächlich so einen Tick habe, dass ich bei Bars und Restaurants und so versuche, nur Getränke zu bestellen aus einer Flasche. Ah, die dann vor Ort geöffnet werden. Ja, weil, hast du mal gesehen, wie in Bars und so weiter so Gläser gereinigt werden? Na, schwupp, 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 ne? Genau, so einen ganz komischen Schwamm nur, so ganz kurz in dieses Wasser reinhalten, wo schon tausende andere Gläser gereinigt worden sind. Das finde ich einfach unfassbar eklig, deswegen ich niemals was im Glas bestelle. Ach, dreckreichen Magen. Aber du hast gerade was gegoogelt. Genau, und zwar Wahlhelfer und Wahlhelferinnen. Ich lese ganz kurz aus Wikipedia vor, wie viel Geld bekommt man als Wahlhelfer? Für die Tätigkeit im Wahlvorstand beträgt das Erfrischungsgeld, heißt das, nicht Erfrischungsstäbchen, Erfrischungsgeld, 120 Euro in einem Urnenwahllokal, für die Tätigkeit in einem Briefwahllokal sind es 100 Euro. Das ist Erfrischungsgeld. Weiß ich nicht, finde ich aber, ist eine schöne, eine schöne Bezeichnung. Nicht Honorar, nicht Soll, nicht Gehalt, Erfrischungsgeld. Das schreibt man wie Erfrischung. Ja, genau. Als Erfrischungsgeld wird aus einer Wahltradition die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer in Deutschland bezeichnet. In Baden-Württemberg ist hingegen von einem Zerrgeld die Rede. Okay, das macht schon einen Ticken mehr Sinn, aber nicht, dass man sich damit einen Kaffee oder einen warmen Kakao kauft, statt einer Limonade, weil dann wäre es ja quasi weniger erfrischend. Das wäre ja dann auch irgendwie nicht so gut. Es kommt daher, nämlich als Anerkennung für den ehrenamtlichen Einsatz erhält man eine Entschädigung, die für Essen und Getränke gedacht ist. Deswegen Zerrgeld oder Erfrischungsgeld. Das ist ja süß. Okay, ja, überlege ich, ob ich die Tage vielleicht auch mal losgegeben und mir ein bisschen Erfrischungsgeld dazu verdiene beim Auszählen von Briefstimmen. Ja, oder auch statt Patreon so eine deutsche Variante einfach erstellen, nämlich erfrischungsgeld.de Nostara Erfrischungsgeld kommt, ist in Röhre. Viel süßer. Ja, ich pitch das drauf, aber muss ich gar nicht, der hört ja mit, Robin, hörst du Nostara Erfrischungsgeld. Der wird den Podcast wahrscheinlich gerade im Flugzeug dann hören. Ja, ich hoffe es ja wohl. Ja, ich freue, weil die D-Mark-Serie ist schon ganz nice, aber irgendwann fehlen so die Streams, weißt du, das, also so. Ja, das stimmt schon, das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt, ob dieser Tino mit dem zusammen dann den Brennpunkt weitermacht, aber das wissen wir ja dann nicht so genau. Aber ich hoffe nicht, ey. Ja, der war richtig schlecht. Anstrengend, ja. Ja, auch unangenehm links. Ja, wollte ich auch gerade sagen, manchmal auch angenehm rechts. Ist auch schlimm. Gut. Ich habe eine Frage an dich, Herr Rhodes. Bitte. Wie oft denkst du an das Römische Reich? Tatsächlich, immer wenn ich, wenn mir diese Frage gestellt wird, denke ich an das Römische Reich, auch im geografischen und geschichtlichen Kontext, weil, Alter, die sind ja doch ganz schön weit vorgerückt, also die hatten ja schon ziemlich viel von Europa. Hm. Und immer wenn ich das Knie von Italien sehe. Das Knie von Italien, was ist das? Na, wenn man sich das so auf der Landkarte anguckt, diesen Stiefel, dann ist das Knie, glaube ich, Rom, aber ich bin mir jetzt da nicht mehr sicher, wo ich frage. okay, okay, okay. Er weiß, warum ich das frage? Nee. Weil ich weiß es, H.P. Baxter hat ein neues Lied. Berliner Luft, Luft, Luft. Nee, nicht ganz. Es gab einen TikTok-Trend schon vor ein, zwei Wochen, den ich aber jetzt erst so richtig wieder mitbekommen habe, und zwar fragen nämlich in den Fällen halt Frauen ihre, ihre Freunde, also ihre männlichen Freunde, wie oft sie an das Römische Reich denken und es ist jedes Mal unterhaltsam, weil die Männer oder die männlichen Personen wohl ständig daran denken und Frauen halt so gar nicht. Also die Typen sowas antworten wie, ja einmal die Woche oder dreimal am Tag und so, dann lachen die Frauen und das ist halt irgendwie dann immer witzig, weil Frauen wohl oder die weiblichen Personen in den Videos gar nicht über das Römische Reich nachdenken. Okay, klingt geistreich, die denken dann immer nur an so Schminke und Haare machen. Nee, es gibt dann irgendwie noch so ein Gegenstück so für weibliche Personen und zwar die Lip-Sync-Performance von Tom Holland wie er Umbrella performt. Aha. Aber es ist wahrscheinlich eher ein Gag. Aber das mit dem Römischen Reich für männliche Personen, das soll wohl echt so ein Ding sein. Ich frage mich halt gerade, was ehrlicherweise die umgekehrte Frage ist, wenn man die These aufstellt, dass ein Geschlecht das halt viel macht und das andere wenig daran denken. Ach so, also ich habe dann auch noch den Gegentrend gesehen, dass Frauen wohl öfter daran denken, irgendwie auf dunklen Straßen irgendwie vergewaltigt zu werden. Oh, da denke ich selten dran. Ich denke dann eher an ausgeraubt und abgestochen. Ja. Aber klar, logisch. Aber denkst du öfter an das Römische Reich? Ähm, ja gut, als Kölner ist man natürlich da irgendwie, ist ja die ganze römische Architektur, man wird da so, man darf ja in Köln nirgendwo buddeln, weil man immer auf irgendeinen römischen Scheiß da stößt, ne? Und da kriegt man das ja doch ziemlich oft um die Ohren gehauen. Also ich glaube schon, wenn man jetzt wieder mal so eine Baustelle sieht, beziehungsweise so eine Ausgrabung sieht mit irgendeinem römischen Bums, dann denkt man vielleicht auch mal ans Römische Reich. Also ich kann nicht sagen, wie oft, aber es ist ja auch wirklich eine ordentlich spezifische Frage. Ja, ist mir auch schwer gefallen, das zu beantworten. Ich denke überraschend oft ans Deutsche Kaiserreich und ans Großdeutsche Reich, aber ins Römische nicht so oft. Bei mir ist es ja so die Weimarer Republik, glaube ich, denke ich recht häufig. Schwach. Na, die war sehr fortschrittlich, ne? Das ist ja so ein bisschen so diese Zeit gewesen von einem ganz starken Umbruch, wo dann die Deutschen total offenherzig wurden, so was Erotik angeht und Queer sein und so weiter. Und das haben ja dann die Nazis mit dem Arsch wieder eingerissen. Ja, wobei, man denkt ja auch an die Weimarer Republik, wenn man am DNT vorbeiläuft, weil er diese Tafel hängt. Das stimmt, das auch, ja. Ja, die Nazis haben die ganze Erotik mit dem Arsch wieder eingerissen, deshalb sind wir Deutschen noch so krüde. Ja, doch, aber es ist ja irgendwie so, ne? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie tief du da so drin bist, aber zu der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als dann so der erste Aufschwung wieder kam, da gab es so viele Clubs und Bars für queere Personen und es gab Trackshows und so und Frauen, die sich wie Männer angezogen haben und so und Männer, die sich geschminkt haben. Das war dann einfach so ein richtig krasser sozialer Umbruch und dann haben halt die Nazis irgendwie einen Aufschwung bekommen, das wieder erstickt im Keim quasi. Dann gab es wieder das große Gegenteil, da wurden halt queere Personen wieder verfolgt und bestraft. Das ist schon ein Ding. Das heißt, immer wenn man einen Aufschwung von so einer queeren LGB hast du nicht gesehen Szene hat, kommt danach eine Diktatur mit Weltkrieg. Das heißt, jetzt ist in ein paar Jahren wieder Weltkrieg. Also ich habe eine Kollegin, die mit mir Workshops macht, auch zum Thema sexuelle Vielfalt und die meinte auch, dass es in der Geschichte immer schon so war, dass die Menschheit zwei Schritte vorgeht, danach wieder einen zurück und zwei wieder vor und einen zurück. Und sie hat das Gefühl, dass wir jetzt gerade bei einem Schritt zurück sind, dass die Queerfeindlichkeit zum Beispiel wieder ansteigt und der Rassismus und der Antisemitismus. Weil damit auch irgendwie so viel politische Themen geschaffen werden. Ich meine, die Sache, wie viel Geschlecht da gibt es und bla, Keks, ich weiß nicht. Das wird irgendwie, ist das so ein aufgeladenes Thema und das nehmen sich dann irgendwelche Parteien, die nichts anderes irgendwie als Thema haben. Wir waren gerade eben bei Friedrich Merz und ja gut, daraus resultiert dann halt, ja schwer zu sagen, also daraus resultiert dann halt diese Abgestumpftheit gegenüber den wirklichen Gefahren oder wirklichen Themen, dass man den Augenmerk auf dieses eine Thema lenkt, was auch für die meisten in der Gesellschaft gar keine Relevanz hat und dadurch von irgendwie anderen Sachen ablenkt und dadurch ja vielleicht auch die Demokratie leidet. Ja, weil es ja offenbar in den rechten Strömungen nur darum geht, Macht zu erlangen mit jedem Preis und wenn sie dann die Macht haben, dann ziehen sie einfach ihr Ding durch. Ich meine, die NSD hat ja auch noch andere Sachen teilweise versprochen, bevor sie angetreten sind und dann, als sie dann die endgültige Macht hatten, also gerade Hitler, dann hat er ja einiges an der Ideale, die er noch im Wahlkampf hatte, so umgeschmissen und sein eigenes Ding draus gemacht. Er tat ja auch so, als wäre er irgendwie ein Menschenfreund und so und Pazifist und dann war er das Gegenteil davon. Ja gut, ja gut, aber er hat im Endeffekt war es ja auch, dass da das Augenmerk auf irgendein Ding gelenkt wurde, was mehr skizziert war, der damals böse Jude und so weiter. Also ähnliche, ähnliche, also es ist vergleichbar, es reimt sich. Also ja, du, also ich weiß noch, von ein paar Jahren, bitte? Es reimt sich gedanklich, meinst du? Es reimt sich gedanklich. Vor ein paar Jahren war ich ja auch noch so mehr so, ah, die AfD, naja, komm Tinko, mach die mal nicht wahnsinnig, ne, das sind halt nur so ein Haufen Kloppis, da wird schon nichts passieren. Inzwischen bin ich ja auch schon ein bisschen mehr in Richtung, oh, jetzt wird es Zeit, mal ein bisschen zu gucken, ne, dass da nicht irgendwie doch eine Wehrheit der Bevölkerung sich vereimern lässt. Äh, ein bisschen vorsichtig sein und das ist vielleicht wirklich ein bisschen mehr im Blick behalten, weil, ja, weil genau das so ein bisschen, ich weiß nicht, vergleichbar ist. Ja, das wäre ja auch nicht ungewöhnlich, wenn wir irgendwann auch eine AfD haben, die regiert und wenn wir in Europa die Letzten, die eine rechte Regierung bekommen, es ist ja überall schon so, wie in Schweden, Italien und Polen und Ungarn, die haben ja alle schon rechte Regierungen, eigentlich warten alle nur noch auf uns. Ja, gut, weil Deutschland halt vorbelastet ist, was rechte Regierungen betrifft, sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen aufmerksamer, dass genau das nicht passiert. Deshalb sind, ist ja glaube ich auch dieser, also dieser, dieser krasse, dieses krasse Ding gegen AfD, gegen Rechts und so, was in Deutschland noch gibt oder gab, noch da, weil halt genau diese geschichtlichen Zusammenhänge existieren. Aber noch ganz kurz zurück zum Römischen Reich und zwar wollte ich noch dazu ansprechen, dass wenn ich ans Römische Reich denke, dann denke ich an diese Gemeinschaftsklos. Das war ja wohl so im Römischen Reich, dass die, dass die Menschen quasi im Kreis saßen und haben öffentlich halt zusammen einfach gekackt und gepinkelt und ohne Trennwände, das war wie so ein Happening, wie wir quasi am großen Tisch sitzen und essen, haben die wohl im Kreis gekackt in einem großen, großen Raum. Das finde ich faszinierend. Ich denke da an so riesige Amphitheater und Kolosseum und dieses, dieses riesige, wenn man so sich die Map anguckt, wie groß das war und diesen ganzen, jetzt hätte ich fast Napoleon gesagt, nee, der war es nicht. Halt diesen Dude, der das halt so groß gemacht hat. Napoleon, Cäsar, ja. Ja, irgendwie einer von denen, ne. Und, und alles. Ja, aber du denkst natürlich wieder an Kreiskacken. Ja, ist auch witzig. Das ist ja was, was näher an meinem persönlichen Leben dran ist, als jetzt irgendwelche großen Kriege und, und, äh, punktvolle Gebäude. So öffentliche Bäder, glaube ich, hatten die auch, oder? Ja, gibt's ja heute auch. Ja, ich meine so zum, zum Zwecke der, also, ja, klar, ja, wow. Aber die hatten das damals. Uh, krass. Ist okay. Ja, ich denke nur, ich denke nur an Kreiskloß, ist okay. Und apropos, äh, Kloß, Oktoberfest hat, hat, hat begonnen. Und, ähm, ich habe jetzt eine, eine Bilanz gelesen von der Süddeutschen Zeitung. Nämlich haben sie geschrieben, Wirtshaus Wiesen mit positiver Zwischenbilanz. Ein Hochzeitsgeschenk endet im Fundbüro. Bisher 34 sexuelle Übergriffe und zwei Vergewaltigungen auf der Wiesen. Okay, ist das im Schnitt gut oder schlecht? Positive Bilanz. Weiß ich nicht. Also, ich fand erstmal diese, diese Überschrift erstmal sehr kritisch, in einem Satz zu schreiben, positive Zwischenbilanz und 34, äh, Übergriffe und zwei Vergewaltigungen. Finde ich ein bisschen, naja, ob man das positiv nennen kann, ich weiß nicht. Ja, das ist halt leider nix, nix, was inhärent dem Oktoberfest zuzuschreiben ist. Ich glaube, ähnliche Scheiße hast du auch im, äh, in Karnevalsveranstaltungen oder in, auf Festivals. Ist einfach scheiße, dass es das gibt. Ich weiß nicht, ob du, ob du das jetzt in direkten Zusammenhang packen würdest. Naja, also sobald irgendwelche Großveranstaltungen sind und viele Menschen, gibt es natürlich auch mehr Übergriffe, ne? Ich kann aber grad nicht genau sagen, ob es jetzt einen großen Unterschied gibt zwischen Karneval und Oktoberfest oder Zibelmarkt zum Beispiel. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, jetzt hast du Zibelmarkt genannt, hört man davon irgendwas, dass es da schwerwiegende Übergriffe gibt? Oder gab? In meinem Babel so ein bisschen. Also ich weiß, in den letzten Jahren gab es öfter mal irgendwelche Faschos, die so linke Jugendliche angegriffen haben. Das weiß ich, aber sonst habe ich wenig mitbekommen von Übergriffen. Aber die gibt es bestimmt. Also, aber ich habe die einfach nicht mitbekommen. Ja, das ist eine riesen Dunkelziffer. Ich glaube, viele Belästigte, die sagen auch, ja komm, lass gut sein und melden das vielleicht auch nicht direkt. Ich google mal ganz kurz. 2018, ein Bericht der Bild. Frau belästigt, Freund verletzt beim Übergriff. Bei dem Ratschmittelmarkt hat eine Männergruppe erst ein Paar attackiert und sich anschließend eine Schlagerei mit als schreckend Security geliefert. 2018 ist so das ganz große Ding passiert, offenbar. Ja, aber dass sich so ein paar Dorfjugendnazis gern kloppen, das ist ja Standard in der Gegend. Das kennt man. Und hast du die Videos gesehen vom Oktoberfest, wie dann die ganzen Leute zur Eröffnung da an diese Bierbänke gerannt sind, um die zu besetzen? Nee, gar nicht. Es interessiert mich auch fast gar nicht so Oktoberfest. Nee, also das interessiert, aber ich habe diese Videos einfach gesehen so in meinem Feed und dachte, Alter, ist das primitiv, wie die da irgendwie echt sich da umschmeißen und mit Ellenbogen da rumrennen und sich erst mal auf so einen Tisch drauflegen mit dem Rücken, um halt das zu besetzen, bis ihre Kumpels da kommen, die sich da hinsetzen können. Dann kommen die Kumpels nach und die machen so ein... Menschliches Handtuch. Ja, echt so. Die machen dann so Gesten von wegen, ja, wir haben es geschafft, geil, wir sitzen hier. Also, wenn das so die größte Errungenschaft der Welt, dass man irgendwie so einen eigenen Tisch da hat und dann zahlt man so für so ein Maßbier 15 Euro und freut sich dann darüber. Sind wir schon bei 15 angekommen? Ich kann ja mal gucken. Das war jetzt meine persönliche Schätzung. Maßbier Oktoberfest 2023. Was schätzt du? Na, ich hätte... Ja, wobei, ich finde 15 gar nicht mal... Also, ich sage jetzt einfach mal, ich hätte jetzt mal 13 geschätzt. Äh, es gibt wohl verschiedene Kategorien und hier finde ich, das günstigste Maß gibt es für nur 13,50 Euro. Ha. Die teuerste entgegen 14,90 Euro. Aber im Weinzelt sind die Preise noch höher. Dort kostet die Maßstolze 17,40 Euro. 17,40 Euro für ein Bier im Weinzelt. 2023. Das ist ein Liter. Ja, also, glaube ich, oder? Das ist ja vom Verhältnis das gleiche, wenn du 3 Euro für einen Kölsch bezahlst. Also, entweder ist das Maß gar nicht mehr so teuer oder das Kölsch ist gar nicht mehr so billig. Also, eine Maß... Man muss das ja immer übersetzen hier, wenn man so local ist. Das stimmt. Also, eine Maß, eine Schenk, Maßeinheit für Flüssigkeiten, die ursprünglich 1,069 Liter umfasst. Ja, also, sagen wir 1. Ja, heutzutage ist es meistens genau 1 Liter. Okay. Ja, also, ich war mal... Es gibt ja noch hier im Weimar Oktoberfest im Uhrenwerk. Da war ich, glaube ich, 2 Mal. Aber da waren die Preise auch noch nicht ganz so horrend. Das Gute ist, man ist nach 2 Gläsern auch fertig für den Abend. Ich zumindest. Das jetzt werden sicherlich Leute sagen, dass ich eine Pussy bin, aber es ist okay. Weil du zu wenig Bier trinkst. Bist du eine Pussy? Naja, wenn ich nur 2 Maß schaffe an einem Abend. Oder mir, ich sag mal anders, mir 2 Maß genügen, weil ich will mich ja nicht zur Unfähigkeit, zur Handlungsunfähigkeit saufen. Ich wäre Amüsement. Also, Männlichkeit beginnt ab 5 Maß. Ist meine Meinung. Scheiße. Naja, gut. Und Weiblichkeit ab 7 Maß. Du bist dann kein Mann. Ach so. Ja, äh, Autschi, Autschi, sag ich da mal. In meinem Herzen rein. Ganz schlimm. Wer auch kein Mann mehr ist, ist der... Der tote Schauspieler von Dumbledore. Ja, hab ich ganz vergessen aufzuschreiben. Gut, dass du es reingemacht hast. Oh, ja. Puh. Ähm. Ja, der ist wohl gestorben. Bitte? Ja, weißt du gerade, wie der heißt? Der heißt, äh, Gambone. Ähm, nee, oder? Warte, Dumbledore Schauspieler. Michael Gambon. Ja. Gambon. Gameboy. Aber er ist ja auch erst der zweite quasi, der zweite Dumbledore Schauspieler. Ja, der erste ist, glaube ich, schon länger tot. Ich glaube, der hieß Richard Harris, kann das sein? Keine Ahnung. Genau, Richard Harris war der erste. Der hat den ersten zwei Filmen Dumbledore gespielt. Einen eher gutmütigen Dumbledore. Und dann kam halt Michael Gambon, der hat sich mehr an dem Buch klau... Nee, warte mal, ich weiß gar nicht, wie rum das jetzt war. Aber jedenfalls hat Michael Gambon einen ernsteren Dumbledore gespielt und einen, der auch ein bisschen mehr aggro ist, würde ich mal sagen. Ja, der Buch Dumbledore war immer relativ freundlich. Also ich glaube, der aus den ersten beiden Teilen war eher der Buch Dumbledore. Ja. Es gibt ja diese eine Meme-Szene aus dem vierten Teil, nachdem Harry vom Feuerkelch erwählt wurde. Und im Buch steht irgendwas wie Dumbledore asks calmly und im Film ist es... Hast du den scheiß Zettel da reingeworfen? Genau, stimmt. Da gab es auch Jude Law, der hat ja auch Dumbledore gespielt, im Phantastische Tierwesen. Ach, ja, keine Ahnung, das ist ja dann irrelevant. Und Toby Ragbo. Ragboo. Also es gab vier Schauspieler für Albus Dumbledore und davon sind zwei jetzt gestorben. Ja, dann hier, wie hieß der dritte? Jude Law. Jude Law, dann zieh dich mal warm an. Der Tod ist dir auf den Fersen. Ist so. Er ist der Nächste, davon gehe ich aus. Ja, also ich weiß nicht, er war jetzt auch nicht mehr so der Jüngste. Also es ist schon, glaube ich, ein okayes Alter zu sterben. Aber trotzdem ist es natürlich sehr, sehr traurig. Er hat sich auf jeden Fall einen Platz im Brennpunkt-Nekrolog verdient. Ja, er ist wohl irgendwie... Hatte wohl schon längere Zeit eine Thrombose in der Hand. Schwierigkeiten mit seinen Fingern. Sei dann wohl irgendwann auf dem Dach seiner Firma von seinem Kollegen runtergezaubert worden und sei dann daran gestorben. Oh, okay. Ja. Er ist 82 geworden. Das ist okay. Gut. Dann mache ich nie wieder einen Witz. Doch, fand ich witzig. Dankeschön. Hast du noch ein Thema? Ja, ich habe noch ein paar Themen. Geil. Ich habe vergessen zu googeln, warum. Nämlich, es gibt eine Band, die machen so Schreimusik, so ein bisschen wie Impermanence. Die heißen The Art is Murder oder Die Art is Murder. Und die haben jetzt ihren Vokalisten Vince McMahon, äh, Verzeihung, CJ McMahon gefeuert, weil er sich transphob geäußert hat. Aber ich habe vergessen zu googeln, was er gesagt hat. Mhm. CJ McMahon. Und das ist gar nicht mal so die übelst spannende Nachricht, weil es passiert ja öfter, dass irgendwelche Metal-Musiker aussteigen oder raus ersetzt werden. Aber was krass war, die haben halt zusammen noch ein Album produziert und haben das auch als CD rausgebracht mit seinen Vocals. Aber für digital, für Spotify und so, haben sie einen neuen Vokalisten eingestellt. Das heißt, es gibt von dem Album zwei Versionen. Einmal mit dem CJ McMahon und einmal mit dem neuen Sänger und dem neuen Vokalisten. Und das haben sie irgendwie innerhalb von einer Woche aufgenommen. Das finde ich ja richtig krass. Okay, dann erst mal ganz kurz Anlageempfehlung. Kauft die CD mit dem Originalsänger drauf. Die wird im Wert steigen, weil es die Stücke darauf bald nicht mehr geben wird. Das kann sein, das stimmt. Und das ganze Album wurde in einer Woche aufgenommen oder produziert oder geschrieben? Oder ungeändert? Ja, also er, nee, nur ersetzt die Gesangsspuren quasi. Ach so, okay. Und das war irgendeine Schreiband und der hat sich transformiert, wahrscheinlich getweetet wieder, ne? Geext, Entschuldigung. Ich such's gerade. Also ich seh grad irgendwie, dass es um einen Clip geht. In diesem Clip betont er, dass es lediglich darum ging, Kinder zu beschützen, da diese noch nicht selbst sicher einstehen können. Ja, Sexualerziehung, Trans. Ja, es geht offenbar um Trans-Geschichten mit Kindern und so weiter. Ach so. Ja gut, ja. Ja, ja. Ja, da gibt's ja verschiedene Ansichten, ne? Also ich will jetzt nicht, wie das so ein Thema aufmachen, aber ich hab schon öfter so Kritik gehört mit Hormonblockern und so weiter, dass man Kindern nicht schon Trans-Therapien geben soll. Aber auch da sprechen die Fakten wieder eine ganz andere Sprache, denn es ist so ein schwindender Gering von Leuten, auch bei Kindern, die ihre Transition bereuen. Da müsste man genauso sagen, man verbietet irgendwie Knie-OPs oder so bei Kindern, weil solche OPs werden öfter bereut als Trans-OPs. Aber naja, ist egal. Jedenfalls finde ich spannend, dass sie innerhalb von einer Woche die Vocals ersetzt haben. Das klingt nach viel Arbeit und nach, ja, also viel hatter Arbeit. Ja, das Gute ist, es muss ja dann nur der Sänger im Studio sein und der Typ, der das mixt, oder was? Also die anderen müssen ja dann, die haben ja dann quasi frei. Aber wenn du mal guckst, so ein Album hat ja auch so um die zwölf Songs wahrscheinlich. Kann ja mal gucken, wie viele Stücke das hat. Ja, sehr, sehr spannend. Also eine Band, die, wie viele kennen die? Sind die bekannt? Die sind schon groß. Ah, okay. Ja, dann wird wahrscheinlich jetzt der Jonas sich freuen, wenn der jetzt hört, dass irgendeine Schrei-Band da irgendwie erwähnt wurde in diesem Podcast. Aber ich finde das Thema um ehrlich zu sein ganz schön öde, weil ich keine Ahnung habe, wer das sein soll. Bei Instagram haben sie 331.000 Follower. Ist das heutzutage viel? Ey, das ist auch übelst krass, ne? Weil ich bin immer noch so in diesen, boah, tausend Aufrufe, boah. Aber ich glaube, heutzutage kriegst du mit diesem ganzen TikTok-Scheiß, wenn du einmal irgendwie den richtigen Riecher hast, übelst ratzfatz deine 10 Millionen Aufrufe. Und das ist ja echt gar nicht so viel. Ich kann das inzwischen gar nicht mehr einschätzen. Na, das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn jetzt irgendwie so Freunde von mir YouTube machen und so, dann denke ich immer, bei tausend ja nice, irgendwie läuft doch, cool. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, die Ärzte Musikvideo raushauen, wo auf einmal nur 100.000 Aufrufe sind, denke ich mir, ah, was für ein Flop. Oder wenn dieses Nostara-TV-Video hochlädt, was nur 4.000 Aufrufe kriegt. Du bist gerade soundtechnisch verschwunden bei mir. Ah, gar kein Problem. Aber man muss sich mal so einen Raum vorstellen, wo 4.000 Leute drin sind. So muss man es sich vorstellen. Ja, aber auf ganz Deutschland gerechnet, wirkt es wieder sehr wenig. Also ich muss sagen, diese Metapher vor, ich stelle mir mal die Menschen auf einem Haufen vor, da kommen mir die Menschen noch viel weniger vor tatsächlich. Ja, doch nicht auf einem Haufen. Die stehen ja nebeneinander. Ja, aber irgendwie denke ich mir immer so, ja, ist mal auf das ganze Land berechnet, sind es irgendwie ganz wenige Menschen, die einem folgen. Ja, aber im Vergleich zu einer großen Zahl ist eine etwas kleinere Zahl immer klein. Das ist auch richtig. Aber jedenfalls so in fünf oder sieben Tagen, weiß ich nicht, was sie jetzt mit Woche gemeint haben, aber irgendwie alle Songs nur einzusingen, ist ziemlich hart, kann ich mir vorstellen. Ich habe ja noch nie was eingesungen, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es ganz schön anstrengend sein muss. Was verleiten dieser Podcast noch für Sachen? Das ist jetzt sicherlich kein viraler Hitler. Können wir denen noch irgendeinen Brennpunktabzeichen geben? Vielleicht ein Schweißband oder so der Woche für harte Arbeit. Diese Schreiband kriegt das Schweißband der Woche. Das ist eine Schweißband. Ah, natürlich. Ja, das ist gut. Ich notiere mir das eben. Schweißband der Woche ist eine Schreiband, die sich transphob geäußert hat und dann einfach die Album nochmal aufgenommen hat. Okay. Genau, und ich habe auch gelesen, dass wohl der Sänger sich nicht entschuldigen wollte für seine Aussagen und deswegen gesagt hat, wir müssen mich halt rausschmeißen, wenn ihr mit mir nicht okay seid. Da haben sie ihn einfach rausgeschmissen. Ja, ich finde, es ist wichtig, dass man seine Meinung sagen darf, aber sie nicht sagen muss. Insofern... Naja, also... Ne, doch, also es ist ja so ein bisschen dieses Cancel Culture Invoke Ding. Also, ich finde, man darf alles sagen und es sollten auch alle dürfen, aber sie müssen eben mit Konsequenzen rechnen. Ja, deshalb... Ich finde, man ist dieses, oh, ich werde gecancelt, weil ich irgendwie jetzt was gesagt habe, was irgendwie nicht in den Mainstream passt. Also, Frage eins, was ist Mainstream? Und zweitens, was ist denn hier passiert? Wenn ich gucke, wer gecancelt worden sein soll, wie Ramstein oder Dieter Nuhr, Lisa Eckart und so, die wurden nie gecancelt, die sind immer noch auf Bühnen unterwegs und haben ihre Fernsehshows. Die haben einfach nur einen Shitstorm bekommen und haben Fans verloren. Wenn das für dich ein Cancel Culture ist, dann ist es dein Problem. Der Typ hat ja seine Bandfunktion. Also, ich rate immer gerade so, sich vielleicht politisch nicht in der Härte zu äußern, wie man es selbst denkt, wenn man das in eine Welt herausposaunt, wo man eh erwarten kann, dass ein Backlash kommt. Alter, so wichtig ist die Meinung nun auch nicht. Oder dass sie jeder hört. Es ist nicht wert. Ich kann schon verstehen, wenn er irgendwie dahinter steht und denkt, das ist ihm gerade wichtig, dass er das irgendwie äußern will, und muss er eben richtig gesagt damit rechnen, dass er halt aus der Band fliegt, gerade wenn die Band anderer Meinung ist. Ich würde auch nicht mit Leuten zusammenarbeiten wollen, die so ganz krasse andere Meinungen haben. Also ich rede jetzt nicht mal davon, von irgendwelchen Kleinigkeiten und Nuancen. Ich habe so viele, selbst mit Robin, Dier oder Imp und so und mit verschiedenen Leuten habe ich auch nicht immer eins zu eins eine Meinung, aber das ist immer noch auf einer respektvollen Ebene und nicht menschenfeindlich. Aber wenn es dann irgendwie um so krasse Sachen wie Transphobie oder Homophobie geht oder Rassismus geht, dann will ich mit solchen Leuten auch nicht rumhängen. Ja, aber wie gesagt, den Punkt, den ich mache, behaltet es doch für euch, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Fresse halten. Bitte, ja, Fresse halten zum Beispiel. Wer gewinnt denn, wenn alle wissen, dass ich es okay finde, weiß zu sein, um mal das zu zitieren? So, man tut sich keinen Gefallen. Was erwarten die Leute, dass jetzt irgendwie Applaus kommt oder was für diesen geistreichen Einfall, dass man Kinder davor bewahren sollte, eine falsche Entscheidung zu treffen? Also, weiß ich nicht. Vielleicht will man einfach so ein bisschen special sein oder ein bisschen anti sein. Dieses gegen alles Gefühl und so kann ja alles sein, keine Ahnung, dass man einfach nur sie abheben will von irgendwas. Ja, semi-empfehlenswert. Auch semi-empfehlenswert ist Cannabis und zwar für Trimax. Der hat sich jetzt in einem Stream gegen die Cannabis-Legalisierung geäußert beziehungsweise Kritik daran geäußert. Das fand ich ganz spannend. Trimax haben wir ja schon am Anfang angesprochen. Den kannte ich jetzt auch nicht so krass. Er macht vor YouTube und Twitch und hat jetzt irgendwie gesagt, dass er in den USA war und in Amsterdam und so, wo ja Cannabis schon legalisiert ist und dass da halt sehr viele irgendwie stoned zur Arbeit gehen würden und es gäbe viele Autounfälle, die unter Cannabis passieren. Immer noch weniger als Alkohol, aber trotzdem. Und deswegen ist ja die Legalisierung etwas kritisch. Okay. Dabei würde ich jetzt sagen, dass man immer nüchtern Auto fahren soll und dass es nichts mit einer Legalisierung zu tun hat, sondern einfach nur, weiß ich nicht, man soll einfach nicht trinken und nicht kiffen, wenn man arbeiten und Auto fahren muss. Ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite wird auch übelst die Kritik rausgeballert, dass man mit Resten von THC im Blut, ich glaube es ist das, nicht Auto fahren darf, aber das irgendwie noch wochenlang nachweisbar ist. Also da trifft ja jetzt die eine Kritik auf die andere Kritik diametral. Ja, es ist ja, ist richtig. Also wenn Autounfälle passieren, dann werden die Menschen geprüft und da sind noch Cannabisspuren zu sehen, wird erstmal wahrscheinlich registriert als Autounfall mit THC, obwohl die Person vielleicht zuletzt vor drei Wochen gekifft hat oder so. Ja, und viele kritisieren ja genau das, weil das dann de facto irgendwie keine richtige Legalisierung sei. Wenn jetzt natürlich die andere Seite sagt, boah, man kann ja dann immer noch bekifft Auto fahren, ja, dann gibt es ja gar keinen Kompromiss, der irgendwie annähernd beide Seiten zufrieden stellt. Da kann man vielleicht nachweisen, ob jemand frisch auf Drogen ist, das wäre vielleicht ganz spannend, dass man sagt, so eine gewisse Grenze kann man irgendwie haben in seinen Testergebnissen, aber wenn es halt eine frische, ich wollte gerade Infektion sagen, eine frische Kiffe ist, dass man dann sagt erst, hier, jetzt wirst du bestraft. Genau, da ist dann der Kiffe-Frischheits-Koeffizient, an dem dann berechnet wird, ob man Auto fahren darf oder nicht. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt leider in der Hinsicht auch kein Experten, weil ich mit sowas jetzt nichts am Hut habe. Aber ich frage mich, ob man, wenn man an einem Tag sehr viel gekifft hat, ob das dann länger nachweisbar ist oder, und man aber schon längst keinen Rausch mehr spürt, sag ich mal, als wenn man den Tag irgendwie wenig gekifft hat und mehr nachweisbar ist, als der Rausch tatsächlich ist. Also das ist vielleicht auch gar nicht korreliert, ich weiß es ja nicht. Gerne wieder Experten in den Kommentaren und man deshalb diesen Koeffizient nicht so einfach berechnen kann. Aber wenn es so einfach wäre, würde es wahrscheinlich gemacht werden. Also wenn das mit Promille zum Beispiel wäre. Würde ja auch von Mensch zum Mensch unterschiedlich sein. Die einen, die vertragen halt ganz viel und haben vielleicht noch ein bisschen mehr im Blut und sind trotzdem relativ nüchtern als die anderen. Das ist ja bei Alkohol genauso. Manche sind ja bei 5 Promille noch zurechnungsfähig und andere nicht. Genau, ich würde also bei 0,4 Promille auch nicht Auto fahren, obwohl ich es dürfte. Ich meine, wenn man jetzt vor, weiß nicht, drei Stunden Sekt getrunken hat und in ein Auto fährt, ist das die eine Sache. Aber wenn man irgendetwas merkt, würde ich mich nicht ins Auto setzen. Das ist viel zu risky. Also ich bin dafür, dass man nur mit 0 Promille Auto fahren darf. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja. Moinu, Moinu. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell man auf 0,1 kommt, wenn man jetzt wirklich mal sagt, ich trinke was und dann fünf Stunden später fahre ich Auto, wo man wirklich nichts mehr merkt und dann irgendwie noch 0,1 hat oder so. Keine Ahnung, vielleicht ist daher der Grenzwert irgendwie gut. Aber es ist halt einfach sicherer. Nee, ich finde es gut zu sagen, ey, wenn ich an dem Tag Alkohol trinke, fahre ich einfach kein Auto. Ja, okay. Zack, aus. Meine Meinung. Kann man auch so sehen. Sag mal, trinkst du eigentlich? Also, ich meinte es nicht wie der Teufel das Weihwasser, aber ich trinke vielleicht so einmal oder zweimal im Jahr irgendwie da so ein, also manchmal trinke ich mit Mio oder auch mit Imp und so, mal so einen Grüntee mit Amaretto drin. Aber auch echt nur einmal im halben Jahr oder so. Oder zu Weihnachten esse ich halt Moscheriepralinen oder so Schnapspralinen. Aber echt soll es überhaupt nicht. Okay, also du B trinkst dich nicht? Nee, also ich, auch wenn ich jetzt irgendwie feiern gehe, würde ich mir nie ein Bier bestellen oder einen Alkohol, Alkoholcocktail oder Sekt oder Wein. Echt nur zu Hause, irgendwie in einem Safe Space und da echt auch nur so ein und ein halbes Glas. Okay. Ja, dann hast du ja gut reden, aber du fährst auch glaube ich nicht Auto, oder? Also ich darf, aber ich mache nicht. Okay. Du hast quasi einen Führerschein. Ich habe einen Führerschein gemacht. Ja gut, dann, oh, das war mein Handy. Das war jetzt ein sehr, sehr ekliges Geräusch. Ich entschuldige mich. Habe ich gar nicht gehört. Dann, dann, dann auch gut. Ja, dann, kannst du es ganz kurz imitieren, das Geräusch? Brr, brr. Ah, eklig. Ekelhaft. Ich würde gerne mal mit dir Auto fahren und dann gerne mal einen Amaretto-Schnapstee mit dir trinken. Bei nächster Gelegenheit. Aber du trinkst Alkohol, ne? Aber nicht so viel. Bei dir ist es ja auch eher so sehr in Maßen, ne? Ja, also, wenn ich trinke, ist es auch manchmal viel, aber es ist nicht mehr so oft. Also, als ich Student war, war es häufiger, also auch viel häufiger. Inzwischen ist halt einfach die Gelegenheit auch gar nicht mehr so häufig. Und manchmal denke ich auch, einen Tag, nachdem ich getrunken habe, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Aber wenn, dann gibt es auch manchmal den Rausch, der über einen Amaretto-Grüntee hinausgeht. Boah, aber das kenne ich alle. Oder wenn ich so einen Amaretto-Grüntee hatte, da bin ich am nächsten Tag so völlig wieder so, äh, nie wieder, Alter. Dann kommt aber nachher, und hat mir dann doch wieder so ein bisschen so der Bock, das mal zu trinken. Oder Morscherie auch. Ich esse da mal so so einen Kasten mit meiner Tante oder meiner Schwiegermutter, oder so. Und dann denke ich mir, boah, nie wieder. Aber wenn er wieder Weihnachten ist, dann esse ich mal wieder so einen Kasten. Morscherie ist auch ganz krass. Ich hatte mal die These, dass das kein Mensch isst, sondern dass man das nur hat, um es weiter zu verschenken. Immer wenn ich Morscherie bekommen habe. Und es kauft vor allem keiner, heißt es immer. Ja, es kauft keiner. Man kriegt es ja nur geschenkt, ne? Und wenn man es geschenkt bekommen hat, isst man es auch nicht, sondern verschenkt es weiter. So war zumindest immer meine Strategie. Und alle, die ich kannte, haben es so gemacht. Aber ich glaube, selbst meine Schwester isst das. Und du ja offenbar auch. Also so richtig kann die These nicht sein. Ich kaufe es auch. Also ich kaufe es auch selber. Kranker Bastard. Ja, wenn es im Angebot ist. Und meine Familie weiß auch inzwischen, dass ich das ganz gerne esse. Und dann gibt es dann zu Weihnachten immer so drei, vier Kästen, die dann da rumstehen. Und dann werden hier halt geschnabuliert im Laufe der Weihnachtszeit oder der Zwischenfeiertage. Also es schmeckt doch einfach scheiße. Also warum tust du sowas? Weiß ich nicht. Es schmeckt mir irgendwie, ne? Also ich finde Bier richtig eklig. Also ich kann Bier gar nicht trinken. Oder auch Wein und Sekt. Das finde ich halt richtig wärstig. Aber manchmal, ohne Scheiß, mache ich mir eine warme Badewanne an, wenn es draußen irgendwie richtig kalt ist. Mache eine Kerze an, höre einen Podcast oder Musik und esse Morscherie. Das ist richtig geil, Alter. Merkt man davon was? Also mich verarschen immer alle und sagen, das geht gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, gerade weil ich halt so wenig trinke, wenn ich dann so eine Handvoll gegessen habe, dass ich schon so ein bisschen schwimmrig bin. Okay. Bilde ich mir ein. Kann auch nur psychosomatisch sein. Aber ich denke manchmal so, wenn ich halt gerade bei meiner Schwiegermutter bin und ich esse dann so einen halben Kasten mit ihr, wenn ich dann aufstehe, dann denke ich schon manchmal so, oh, jetzt wackelt es ein bisschen und dreht sich alles. Okay, krass. Also entweder wirkt es oder du hast ein sehr, sehr gutes Placebo-Besäufnis, was ja auch gut ist für einen Geldbeutel. Also ich vertrage ja auch nichts. Also als ich noch getrunken hatte, so im Teenie-Alter, da war ich immer schon nach einem oder zwei Bier oder Mixery damals noch halt völlig, also da habe ich schon nicht mehr richtig denken können und gucken können. Ja, unmännlich, ne? Ja, ist so. Leute, Leute, hört, hört. Wer männlich sein will, muss mindestens fünf Maß an einem Abend schaffen. Und wir haben noch eine letzte uplifting-News, und zwar gab es einen Lachanfall bei der Tagesschau von unserer guten Susanne Daubner. Das ist diejenige, die immer die Jugendwörter vorliest. Ich habe das nur im Thumbnail gesehen, dachte, das ist Scam und ich klicke da nicht drauf. Aber gut, dann klicke ich da offenbar demnächst mal drauf. Nee, es war echt, also es war auch nicht mal irgendwie was Lustiges passiert. Es wurde einfach nur, wenn sie übergeben quasi, und jetzt kommt Tagesschau Susanne Daubner. Und man fängt übelst an zu lachen, kriegt sich halt nicht mehr ein so für drei Minuten. Und es ist einfach super sympathisch und sehr witzig. Wahrscheinlich hat sie sich gerade vorgestellt, wie sie aussieht, wenn sie diese Jugendwörter vorliest. Ich meine, ich glaube, die wissen ja selber, dass das total komisch und mimisch und ulkisch rüberkommt, und deshalb bachen die das jedes Jahr. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Also man weiß auch gar nicht, was passiert ist, richtig? Was meinst du? Na, warum sie lacht. Ach so, man weiß es schon, aber irgendwie gab es keinen Gags, sie war einfach nur so ein, sie hat wohl dann erklärt, dass sie einfach nur witzig fand, in der Situation, als der Kollege an sie übergeben hat, aber gar nicht genau weiß, warum. Ach, sie weiß nicht, warum an sie übergeben wurde. Nee, sie weiß nicht, warum sie lachen musste. Es war einfach echt nur so ein Übergeben, so von, hier ist jetzt so eine Daubner von Tagesschau, und dann fängt sie an zu lachen. Ach so. Ja, wahrscheinlich Hirntumor. Oder eine Moscherie zu viel gegessen. Oder einen Amaretto-Grüntee zu viel getrunken, ja, das kann auch sein. Ist echt geil, Leute. So ein Pfanne-Eistee, grüntee und Amaretto so ein bisschen dazu, übelst geil. Hatte gerade Saft im Mund. Geil. Wessen Saft? Den von diesem Herrn C. Der wohnt etwas höher. Ja, ja, verstehe. Ja, schwer nicht zu verstehen. Oh Gott, ich freue mich, wenn Robben wieder da ist. Mach das alles. Nee, ich fand es sehr schön, Herr Rodes, mit dir. Okay, danke. Die letzten Ausgaben. Dankeschön, dankeschön. Es hat Spaß gemacht. Muss man schon so sagen. Ich würde vorschlagen, wir singen noch was. Wir müssen noch die Spotify-Playlist Brennholz-Untermusik, könnt ihr bei Spotify finden und verlinkt bei YouTube einpflegen und noch die Woche bewerten. Ich finde die Woche nicht so krass, ehrlich gesagt. Die letzten fünf Wochen war nicht krass, habe ich den Eindruck. Was hat man denn? Ja, du hast schlechte Wochen erlebt, tut mir voll leid. Es ist noch das Restsommerloch. Ich sehe es kommen, nächste Woche übelst geiler Scheiß. Nächster Brennpunkt, die geilen Gags werden gerissen. Also wir haben die Partei ist wieder wählbar wegen Sibylle, AfD Nordhausen, Plastikverbot, Oktoberfest, Dumbledore. Komme ich auch wieder nicht über eine 3, I'm sorry. Nee, ich auch nicht. Und ich habe mal wieder mir keinen Song überlegt, den ich in die Spotify-Playlist packe. Das musst jetzt auch du machen. Ich kann gerne so lange schon mal ein bisschen reden und einführen. Ich war letzte Woche beim Theaterfest hier in Weimar und habe traditionell eine Band gespielt, die nennen sich Sado Opera und die treten so geschminkt auf, was ich erst mal ein bisschen seltsam finde. Also ich finde so Bands, die geschminkt sind oder so auftreten, gar nicht lustig und verstehe ich nicht. Aber die Musik war sehr lustig. Das ist echt so ein Elektro-Rock-80er-Mix und ich tue den Song rein Kissing the Gay Guy. Okay, mach das. Die machen eine echt nice Show so und die spielen, glaube ich, jedes Jahr irgendwie zum Theaterfest und wie ich finde, mit Recht. Die kommen aus Berlin, aber der Sänger spricht kein Deutsch. Ich weiß gar nicht, wo der ursprünglich herkommt, aber der hat nur auf Englisch gesprochen und lebt in Berlin, aber spielt viel in Weimar und das ist halt echt eine coole Verbindung. Da soll man Deutsch lernen. Ist so. Er wohnt hier in unserem Land hat sich wahrscheinlich auch die Zähne schon längst machen lassen. Nur Gold im Maul, die Flüchtlinge, ist Katastrophe. Dieser Pasha, Alter. Oder dieser Messermann und Kopftuchmädchen und andere, nichts Nutz. Ein Sozialtourist. Ist einfach so. Der Afghaner hat noch seinen Afghanistan. Aber wir haben halt keine Heimat mehr. So, haben wir noch was? Ne, ich glaube, das waren alle. Hast du keinen Song für die Playlist? Musst du auch nicht machen. Wir können ja auch einfach auslassen und die Leute können in den Kommentaren einen Song vorschlagen, den ich reintun. Interaktion ist hervorragend. Ich habe mir wirklich wieder mal nichts überlegt und mir fällt auch einfach nichts Kreatives ein. Ich habe jetzt schon nachgedacht. Ich bin schlecht vorbereitet. Macht nix. Leute, schreibt in die Kommentare einen Song der Woche für euch rein und der mit den meisten Upvotes gewinnt. Also der einzige, der reingeschrieben wird. Vermutlich. Okay, hattest du noch Themen? Wir haben noch vier Minuten. Ja, eben. Also entweder singen wir noch was oder wir machen noch ein Thema. Also was singen wird mit der Latenz sehr schwierig, glaube ich. Da haben wir schon mal Erfahrung gemacht, habe ich gehört. Wann? Weiß ich nicht. Privat. Achso, okay. Ich kann auch erzählen, dass als ich morgen zum CSD in Gera bin, also vor euch gestern. Ist das nicht ein Widerspruch? Dachte ich auch immer, aber die haben echt wie ein CSD auf die Beine gestellt. Ich bin sehr gespannt drauf. Gera wirkt ja eher, ist ja eher so ein bisschen konservativer. Äh, ich sehe gerade Brillenputztücher. Wollen wir, wollen wir den Song alle auf Brille nochmal singen? Ach, gerne. Okay. Aber ich habe nur den Refrag gerade im Kopf. Wir, wir, wir schaffen das. In der Schule hatte ich's nicht leicht. Es hat nur für den unteren Notendurchschnitt gereicht. Im Sport Nenite, kein Talent für Musik. Typen wie ich haben die Abnerkrieg, es war zum Kotzen. Kein, da bin ich versteht. Doch zum Glück bin ich trotzdem nicht durchgedreht. Ich war so schnell auch mal frustriert. Dann hab ich mich mal einfach so abreagiert. Alle auf Brille. Alle auf Brille. Alle auf Brille. Alle auf Brille. Oi. Oi, oi. Ähm. Äh. Jetzt hab ich Kumpels. Wir sind ne Gang. Gang. Wir hatten nichts anderes als zusammen rumhängen. Wir haben meistens Wut. Wir haben immer Bier. Es gibt die Sitzig im Revier. Ich sehe mein Leben durch die Finger rin. Sitzig, irin. Ich habe kein Geld, muss noch bei Mama wohnen. Da kommt er um die Ecke, dieser Hurensohn. Alle auf Brille. Alle auf Brille. Alle auf Brille. Alle auf Brille. Und jetzt die Brille. Oi. Dann ist es passiert. Ich sah plötzlich sehr schlecht. Meine Augen waren in Nähe und Weite geschwächt. Ich ging zum Optiker. Der Fall war klar. Die Versicherung zahlte. Und ich stand plötzlich mit Brille da. Ich ging zu meinen Jungs. Wo sollte ich sonst hin? Sie standen auf, ballten die Faust und fingen an zu singen. Oi. Alle auf Brille. Alle auf Brille. Alle auf Brille. Alle auf Brille. We hate those for white cunts. 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 Finde ich gut.